Guten Morgen ihr Lieben, ich bin gerade auf dem Weg ins Büro, da ist jede Sekunde Gold wert, aber ich will was zu Kaulitz und Kaulitz sagen. Nick und ich haben das gestern gesuchtet und mussten uns echt beherrschen nicht alles auf einmal zu schauen und es ist einfach Hey Maus, Maus, I'm ready. Guten Morgen! Hey Maus, dich zu klein Maus, kriegst du nicht zu. Ich wollte, dass sie schön knapp ist. Maus, gut, dass du nicht hast, ne? Maus, Maus, Happy Birthday Maus. Hey Maus, 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 Billy Maus, Schi Maus. Guys, I'm already on set again and today I'm an actor. I keep you posted. Ich hatte euch doch diese sehr schöne Karte von den Kaulitzern gezeigt. Hey Maus, ich hieße Bill und Tom und du, Maus, bist eingeladen. Die war im Design super und hier dieser Umschlag war eh so genial, aber das Beste an der Karte ist der beiliegende, bereits Frank. Oh, ich bin ja Angstkappe, Richard. Wie soll ich denn jetzt auf den Wiesen jemanden abschleppen ohne Nagel drauf? Die sagen es ja wieder nicht. Also das waren natürlich meine Jugendidole. Bill ist für mich der Grund, warum ich überhaupt mit Make-up angefangen habe, weil er schon mit ganz, ganz jungen Jahren so diese Fick-Dich-Einstellung gehabt hat, ich mach worauf ich Bock hab und das hat mir so imponiert, dass ich gesagt hab, okay ich mach das auch, ich mach auch. Zweizeitige Geburt ist möglich, wenn sich der Muttermund nach der Geburt des ersten Kindes wieder schließt. 2019 kamen in Köln Zwillinge mit Abstand von 97 Tagen zur Welt. Aha, das ist ja krass. Ah, das ist ja voll krass, aber das finde ich glaube ich nicht so schön. Hey guys, last year we got invited to Cape Cod with AIFA to learn about their amazing marine rescue and conservation work. Bill and Tom and we are here in Cape Cod for the very first time with AIFA. Jetzt. Da. Hast du gesehen? Ja. Guten Morgen ihr Lieben, ihr seid gerade mit mir im Badezimmer. Ich hab mich gerade geschminkt und glätt mir gerade die Haare. Ich hab jetzt einen Termin, ich muss auch gleich los, hab gar keine Zeit für die Story, aber ich wollte euch verraten, dass ich beim Fertigmachen gerne Fernsehen gucke. Und heute morgen um 9 Uhr ging auf Netflix Kaulitz. Ich hab so einen Magneten, so einen A**chloch-Magneten und ich zieh dir einfach, ach ja, das klingt jetzt falsch, A**chloch-Magnet. Also ich meine ein A**chloch. Nein, kein Magnet im A**chloch. Buch, meine Süßen. Nicht erschrecken. Ja, es bin nur ich, ich bin kompetent. Tinder-Nail-Tinder-Nail-Talks. Ich habe heute eingepackt in meine Tasche. Bill. Hallo. Hattest du dann ein Support-System, was dich so weitermachen lassen hat? Total. Ich habe zum Glück eine ganz tolle Mama auch, die immer gesagt hat, mach das, trag Pi.